Was geht Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei eurem Nexus Prime TCG. Heute ist wieder Shiny-Zeit angesagt, denn wir öffnen eine komplette Top-Trainer-Box glänzendes Schicksal und hoffen auf viele Shiny-Pulls. Zusätzlich wird heute das nächste Gewinnspiel angeteased, denn alle drei Gewinner des letzten Gewinnspiels haben sich gemeldet. Dementsprechend sind die Preise auf dem Weg zu den Gewinnern, also können wir direkt mit dem nächsten Giveaway starten. Was das für gegradete Karten sind, die ihr gewinnen könnt und was ihr dafür tun müsst, erkläre ich euch jetzt gleich im Video. Ich packe jetzt erstmal die Top-Trainer-Box aus, hole die Booster raus und dann sehen wir uns gleich mit dem Opening. Nexus Prime TCG. Da bin ich wieder und mit mir am Start ist auch Porygon. Der ist so ziemlich die einzige Figur, die mir aus dem letzten Video wirklich gut gefallen hat. Der ist ganz witzig, der Kleine dementsprechend darf auf dem Kanal bleiben. Wer das Video von diesen Bootleg-Pokémon-Figuren noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich das nochmal oben im Video, damit ihr euch die tollen handbemalten Figuren anschauen könnt. Was war in der Box drin? Wir haben hier die Evoli V-Max-Promo-Karte. Die kennt ihr ja bereits. Wir haben hier insgesamt schon zwei glänzendes Schicksal-Top-Trainer-Boxen geöffnet. Das hier ist jetzt tatsächlich die dritte. Evoli bleibt hier in seiner Plastikhülle. Des Weiteren ist hier eine schöne Code-Karte für einen Glücklichen oder eine Glückliche da draußen, die schnell genug den Code abscannt. Und insgesamt haben wir, man kennt es, 10 Booster. Wir hoffen auf Full Art Shinies, denn mit den Full Art Shinies habe ich bei glänzendes Schicksal leider noch nicht wirklich Glück gehabt. Aber vielleicht kommt es heute mal, denn eine besondere glänzendes Schicksal-Top-Trainer-Boxen ist das nämlich, denn die habe ich wieder von Man of Games bekommen. Man of Games, Grüße gehen raus an der Stelle. Wenn ihr den Shop noch nicht kennt, checkt auf jeden Fall den Online-Shop ab und checkt auch gerne das Instagram-Profil von Man of Games ab. Ich verlinke beides in der Infobox, denn auch auf Instagram macht er ganz tollen Content, bringt super Fotos online. Und wenn es Aktionen gibt, dann seht ihr die auf Instagram als erstes. Grüße gehen raus an Man of Games an dieser Stelle. Und ja, hoffe ich mal, dass du mir einen Glurak geschickt hast natürlich. Das wäre oberkrass. Wir machen ein paar Booster auf und dann sage ich was zum Gewinnspiel, denn heute gibt es ja wieder ein Gewinnspiel. Ich weiß, ihr Schlawiner, deswegen seid ihr ja auch alle auf diesem Kanal da. Und wer kann es euch übel nehmen? Es wird einmal im Monat gegradete Karten mit der Unterstützung von Platin Grading Service. Grüße gehen raus an der Stelle. Auch die Webseite verlinke ich unten. Hier stattfinden. Dementsprechend lohnt es sich, ein Teil der Nexus Prime TCG Community zu sein. Wenn ihr noch kein Teil der Nexus Prime TCG Community seid, dann lasst mir gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr auf keinen Fall verpasst, wenn die Gewinnspiele starten oder auch aufgelöst werden. Diesmal haben wir Glück gehabt. Alle Gewinne haben sich gemeldet. Dementsprechend nächstes Gewinnspiel heute. Wir starten ins Opening mit Urkel, Arboretos, Kotomi, Mopeko, Bautz, Sepa, Snomnom, Weberak. Dann haben wir Jan Mega als unseren... Oh, hier haben wir gleich mal eine Shiny Gala Ochnatol in Shiny. Sehr, sehr nice. Sieht sehr hübsch aus. Eine Babyscheine, die ich noch nicht habe. Dementsprechend freut mich das natürlich. Sehr cool. Fand ich auch ein sehr cooles Pokémon aus Gen 8. Dementsprechend Hype, dass wir dieses Babyscheine bekommen. Gleich mal im ersten Pack. Die Karte leider ein bisschen gedamaged. Hier oben an der Ecke. Weiß nicht, ob man es gut sieht. Da rechts oben an der Ecke ist leider ein bisschen gedamaged. Aber macht nichts. Die kommt in den Binder. Sehr cool. Also gleich mal ein Hit. Das lässt sich doch loben. Hoffen wir, dass es so weitergeht, dass wir hier viele, viele Shinies aus dieser Box hier enthalten. Denn ihr wisst es vielleicht, aus glänzendes Schicksal sind viele, viele Shinies zu ziehen. Wir hoffen natürlich, dass wir so viele wie möglich ziehen können. Und gehen gleich ins nächste Booster mit Balduin. Dem rostigen Schwert, Luxio, Smogon, Scheinux, Bamelin, Kleptifux, Knacklion. Dann haben wir Gala Smogmog als Holo. Und die nächste Shiny. Skoppel Baby Shiny. Sehr cool. Zwei Booster, zwei Hits. Da können wir nicht meckern, würde ich sagen. Super sweete Karte hier. Skoppel Baby Shiny. Sieht sehr cool aus. Ich finde die Farbgebung auch echt schön mit dem Grau. Sehr nice. Also, gleich mal zwei Shinies hier am Anfang. So können wir gerne weitermachen. Mit der verrückten Party als Attacke. Die Skoppel Pin hatte ja auch die verrückte Party, die Promo Skoppel. Aber der Big Boy hier, der fehlt noch. Haben wir heute Glück und können wir Full Art ziehen. Das wäre natürlich oberkrass. Aber bisher glänzendes Schicksal. So schön das Set auch tatsächlich ist. Wir haben nicht wirklich allzu viel Glück mit dem Set bisher. Deswegen, ich baue heute auf Man of Games und seine Top Trainer Box. Rostiges Schwert. Gym Sticks. Urgel. Klepp die Fuchs. Kamehaps. Mopheko. Evoli. Gympep. Ohohoho. Full Art. Was ist denn das? Pokusan wie? Full Art. Dritter Booster. Dritter Hit. Ja Wahnsinn. Sehr nice. Pokusan wie Full Art. Haben wir einen Doppelhit? Nein. Ein Reverse Gortrom. Aber die sieht doch stark aus. Sehr cool. Fehlt mir auch tatsächlich noch. Die habe ich tatsächlich noch nicht. Und es ist eine Full Art. Dementsprechend bekommt sie erstmal eine Folie. und dann ein Top Loader. Ein sogenanntes Plastik Gefängnis. Sehr cool. Pokusan wie? Dementsprechend haben wir jetzt hier sogar mal Full Art gezogen. Sehr nice. Kommt hier in den Top Loader natürlich. So. Noch zwei, dreimal klöpfeln. Hier haben wir sie. Pokusan wie Full Art. Sehr cool. Also das klappt doch wie am Schnürchen. Porygon scheint uns hier Glück zu bringen. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Die Karten mal ein bisschen auf Seite. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch mal den zweiten Platz des Giveaways. Dieses Mal wird es zwei Gewinner geben. Wir haben einen zweiten Platz und einen dritten Platz. Das Gewinnspiel findet dank der freundlichen Unterstützung und des Sponsorings von Platin Grading Service statt. Also lasst Liebe bei den Leuten von Platin Grading Service da. Denn die ermöglichen es uns erst, dass wir einmal im Monat ein Gewinnspiel raushauen können. Und der zweite Platz bekommt dieses 9,5 Gortrom. Ich halte es euch mal in die Cardcam. PGS gegradet. 9,5 Gortrom VMAX. Das ist doch ein schicker Preis. Ich bin mir sicher, ihr würdet nicht auf die Idee kommen, euch Gortrom graden zu lassen. Ihr wisst, bei mir gibt es hier besondere, speziellere Karten, die man eben sonst nicht wirklich graden lässt, zu gewinnen. Dementsprechend lohnt es sich schon allein für das Gortrom mitzumachen. Der erste Preis hat es auch in Sicht, also der Preis für den ersten Platz. Was das ist und was ihr dafür tun müsst. Und viele treue Zuschauer des Kanals wissen es bereits, was man tun muss. Aber ich werde es nachher nochmal wiederholen. Bleibt auf jeden Fall dran, dass ihr den nächsten Preis seht. Wir machen weiter mit Kramor. Bisher drei Booster, drei Hits. Da können wir echt nicht meckern. Schauen wir mal, was Booster Nummer 4 für uns parat hat. Code geht wieder an euch. Dann machen wir den Kartentrick 3 nach vorne. Denn die Energie brauchen wir hier auf dem Kanal tatsächlich nicht. Dann machen wir den Kartentrick und schauen uns an, was das Booster bereithält. Wir haben Kotomi. Tuch von Team Yell. Rostiger Schild. Sepa. Mopiko. Smogon. Yanmar. Knacklion. Moruda V. Yes. Auch Moruda habe ich noch gar nicht gezogen. Die V-Max ist noch cooler. Aber die V nehme ich natürlich auch. Sehr nice. Moruda V. Der Anker habe ich shiny geahntet in Schwert und Schild. Mega nice. Das shiny Moruda mit dem weiß-rot ist es glaube ich. Sieht mega geil aus. Und dann haben wir einen Tuscar als Reverse. Moruda bekommt ja natürlich auch gleich eine Hülle. Sehr cool. Das läuft doch. Vier Booster, vier Hits. Da können wir echt nicht meckern. Ja. Und dann auch noch nur Hits, die wir tatsächlich noch nicht haben. Das muss an Porygon liegen. Also Porygon scheint uns hier echt Glück zu bringen. Schauen wir mal, was im Rifex Booster drin ist. Können wir die Serie ausbauen? Können wir 5 aus 5 machen? Das wäre echt krass, muss ich sagen. Also die Box, die wir hier von Man of Games bekommen haben, die scheint echt zu gönnen. Hier kommt der Code. Dann haben wir hier den Kartentrick. Die Energie kommt weg. Und dann machen wir den shiny Trick. Und es geht weiter mit Rotom. Urgel. Chimsticks. Chimpep. Snomnom. Weberack. Mopheko. Bautz. Dann haben wir Kamalm. Und Befehl vom Boss als Reverse. Das ist also der erste Booster, der leider nicht gönnen wollte. Aber da können wir uns absolut nicht drüber beschweren. Bisher 4 aus 5. Das ist vollkommen in Ordnung. Mal schauen, was das schlechteste Pokémon, also der schlechteste Vater in der Pokémon-Welt, denn Katapultor schießt seine Kinder durch die Gegend, uns hier mitgebracht hat. Schauen wir mal. Full Art shiny. Full Art shiny wäre nice. Ich hätte gerne eine Full Art shiny. Hoffen wir mal, dass Arceus da oben uns tatsächlich erhört und uns eine Full Art shiny schickt. Wir haben Tropius, Kotomi, Rotom, Mopheko, Evoli, Chimpep, Snomnom, Weberack, Forschung des Professors und Boyelin Reverse. Also leider noch keine Full Art shiny. Zwei Baby-Shiny ist bisher eine Full Art V und eine normale V. Sehr cool, sehr cool. Einen Booster machen wir noch. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns den ersten Preis an. Es gibt wieder eine Amazing Rare zu gewinnen. Und die nächsten Preise sind schon bei Platting Rating Service, damit die gegradet werden können für euch. Ihr habt ja auf Instagram abgestimmt. Apropos, folgt mir gerne auf Instagram, denn auf Instagram mache ich öfters mal Abstimmungen. Wenn es zum Beispiel um Gewinnspiele geht, was ihr denn gerne gewinnen wollt und wenn ihr da aktive Member der Community sein wollt, ab auf Instagram, folgt mir, folgt meiner Seite und dann könnt ihr bei solchen Abstimmungen mitmachen. Tropius, Balduin, Luxios, Mogon, Mopheko, Kamehabs, Bautz, Knacklion, Zelebi. Sehr schön. Und eine Amazing Rare, Üveltal Amazing Rare. Sehr nice. Kiyogre ist ja gerade auf japanisch. Amazing Rare auf dem Weg zu Platting Rating Service. Dürft ihr jetzt dann bald ankommen. Und ja, Üveltal habe ich bereits. Dementsprechend wäre doch auch Üveltal ein möglicher Gewinn oder eine mögliche Karte, um sie zu PGS zu schicken, damit sie für euch, für dich da draußen gegradet werden kann. Sehr nice. Also Üveltal nehmen wir natürlich ganz klar. Dementsprechend haben wir jetzt schon fünf Hits. Sehr cool. Das gefällt mir. Das ist eine schöne Top-Tainer-Box. Danke, Man of Games, für diese Box. Ich möchte mich bei euch bedanken. Deswegen machen wir die regelmäßigen Gewinnspiele so rum. Und ich habe hier den ersten Preis in der Hand. Es gibt ein Raikwasa Amazing Rare. Grüße gehen raus an Andi. Die fast never-ending Story von seinem Amazing Rare Raikwasa-Hand. Hat es mittlerweile natürlich. Und hier seht ihr ein mit 8,5 gegradetes Exemplar. 9 Centering, 8 Corners, 8,5 Edges und 9er. Surface gibt insgesamt eine 8,5. Und dieses Raikwasa gibt es zu gewinnen. Also zweiter Platz gewinnt das Gortrum VMAX. Erster Platz gewinnt das Raikwasa Amazing Rare. Wie gesagt, freundlich zur Verfügung gestellt von Platin Grading Service. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Jetzt machen wir die letzten drei Booster auf. Und dann sage ich euch, was ihr tun müsst, um beim Gewinnspiel mitzumachen. Wichtig ist vor allem, ihr müsst euch bei mir melden. Ich werde niemanden anschreiben, wenn er gewonnen hat. Ihr schreibt mich an über Instagram, YouTube. Sucht euch was aus. E-Mail, Busstrommel, wie ihr wollt. Aber ich werde mich nicht bei euch melden. Dementsprechend, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmacht, dann sorgt auch dafür, dass ihr nicht verpasst, wenn das Gewinnspiel aufgelöst wird. Denn es gibt nichts Ärgerlicheres, als beim Gewinnspiel zu gewinnen und dann sich nicht zu melden und dementsprechend seinen Preis zu verlieren. Ja, das wollt ihr doch alle nicht. Also, wir machen einen Kartentrick. Die Energie kommt weg. Dann machen wir den Shiny-Trick. Und es geht weiter in diesem heutigen Opening mit Arboretos, Kotomi, Rostiges Schwert, Evoli, Kamehaps, Mopheko, Yanma, Chimpep, Yanmega und Gala Mautzinger. Wow, was ist das für eine Box? Das ist der Hammer. Gala Mautzinger. Und Mautzinger ist tatsächlich eins meiner Lieblings-Pokémon aus Gen 8. Wenn nicht das Lieblings-Pokémon aus Gen 8. Und ich sehe es hier Shiny. Und wie cool. Schaut euch mal den Boy an. Der ist glücklich. Der ist glücklich, dass er seinem Gegner-Pokémon mit seiner scharfen Prank hier ordentlich eins überzimmern kann. Gala Mautzinger Baby Shiny. Jawohl. Beste Top-Trainer-Box ever, sage ich da nur. Beste Top-Trainer-Box ever. Was sind das für Booster-Mann? Also, Man of Games, danke. Grüße gehen raus an der Stelle, ja. Sehr cool. Gala Mautzinger. Zwei Packs haben wir hier tatsächlich noch. Und wir haben hier hinten schon eine Hitwand. Die kann sich aber sowas von sehen lassen. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ist leider wieder keine Full-Art Shiny dabei. Aber hier drei Baby Shinies. Eine V-Full-Art. Eine Amazing Rare. Eine normale V. Also, geht das besser? Kann das getoppt werden tatsächlich? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kotomi. Kotomi. Rostiges Schwert. Balduin. Evoli. Kleptifux. Mopeko. Bautz. Weberak. Mottini war als Holo. Und Gala Smogmog in Reverse. So. Last Pack Magic. Es ist wieder ein Katapultra-Booster. Wir hoffen das Beste. Mit diesem Katapultra-Porygon. Mach mal da deine Arbeit. So. Hier. Porygon schenkt dem Booster Energie. Dass wir hier nochmal einen richtig coolen Hit rausbekommen. Danke Porygon. Porygon ist schon. Porygon ist cute. Schreibt. Lass mal ein bisschen Liebe für Porygon in den Kommentaren da. Ähm. Ich kann ihm leider kein Gehalt zahlen. Dementsprechend wäre es cool, wenn er die Kommentare durchliest. Und seht, dass ihr euch freut. Und dass er hier bei den Videos mitmachen darf. Letztes Pack. Wir machen den Kartentrick. Wir tauschen nochmal. Und legen los mit dem rostigen Schild. Urgel. Arboretos. Bautz. Kleptifux. Scheinux. Tuscar. Sepa. Urgel. Wie. Eine Wie-Karte. Nochmal eine Wie-Karte. Was ist das für eine Box? Und dahinter nochmal ein Shiny. Sensek Baby-Shiny. Wow. Das ist der Hammer. Wie viele Hits haben wir jetzt? Zwei, vier, sechs, acht. Acht Hits aus zehn Boostern? Ja. Könnt ihr das toppen? Schreibt es mir. Schreibt mir gerne. Ich glaube es nicht. Wahnsinn. Sehr cool. Sensek als Baby-Shiny. Ist jetzt natürlich nicht die schönste Shiny. Aber die nehmen wir mit. Die nehmen wir. Natürlich nehmen wir die mit. Das ist doch ganz klar, dass wir die mitnehmen. Und Urgel nehmen wir natürlich auch mit. Weiß gar nicht, ob wir Urgel auf Deutschland gezogen haben. Muss ich mal nachschauen dann. Aber nehmen wir. So, ganz klare Nummer, dass wir das nehmen. So, Opening ist vorbei. Das Urgel darf natürlich nicht vor Gala Mautzinger. Gala Mautzinger ist der Hit des Tages in meinen Augen. Wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, ihr habt jetzt wieder einen Monat Zeit. Ich schaue gerade mal im Kalender, wann das Gewinnspiel dann geendet oder beendet wird. Ich werde die Auflösung machen am 4. Juli. Dementsprechend habt ihr Zeit bis zum 2. Juli, das ist ein Freitag, bis 23.59 Uhr am Gewinnspiel teilzunehmen. Um beim Gewinnspiel zu gewinnen, müsst ihr unter das heutige Video den allseits beliebten Gewinnspiel-Hashtag Nexus Primetime drunter packen. Und mit etwas Glück seid ihr der nächste Besitzer einer dieser gegradeten Karten. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen zum Gewinnspiel habt, meldet euch bei mir. Ansonsten schreibe ich euch auch die Informationen zum Gewinnspiel unter das Video, in die Videobeschreibung. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht mit der heutigen Top-Trainer-Box. Grüße gehen nochmal raus an Man of Games für diese hammerharte Top-Trainer-Box. Die war echt deluxe und ich habe noch eine oben stehen. Ich hoffe, die ist das gleiche Kaliber. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch keine Abonnenten seid. Und ab jetzt könnt ihr unten ins Video Hashtag Nexus Primetime drunter packen. Was ich noch dazu sagen möchte, ihr könnt nicht nur über YouTube mitmachen, ihr könnt natürlich auch über Instagram mitmachen. Somit verdoppelt sich eure Chance. Also geht in YouTube unter das Video und packt da den Hashtag Nexus Primetime drunter. Und dann könnt ihr auch auf mein Instagram-Profil gehen, da unter den Gewinnspiel-Post gehen und den gleichen Hashtag Nexus Primetime drunter packen. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch. Vielen, vielen Dank für die treuen Zuschauer, die hier bei allen Videos, bei fast allen Videos dabei sind. Ich freue mich, dass ihr Teil der Nexus Prime TCG Community seid. Ich freue mich auf Mittwoch. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Nexus Prime TCG over and out.